Willkommen zurück zum WioWiRollentausch mit dem Schatten auf der Suche nach seinem heiligen Wind und der Mönch, den man eigentlich für seine Spastatiken auch irgendwo einschweren sollte. Ähm, ja. Was? 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 Das heißt Hashtag hä? Hashtag hä? Achso. Das ist kein Wind. Ist egal, bleib fein rum. Brauchen wir. Da ist ein Wind. Ne, droppt der das auch? Der droppt auch. Ich hole ihn mir. Farbe ist Wurst. Heiler ist der Tod. Ey, nein, der Takt ist der Tod. Ach, gleich Tod. Wo ist denn der Takt gleich Tod? In seinen kühnsten Träumen, weil er denkt, er will. Achso, okay. Todesser. Todesser? Ne, die gibt's in Harry Potter. Achso. Ich hol mal die Grollhoff da hin. Den brauchen wir nicht. Ich muss ja mal looten, was ihr getötet habt. Ja, ich muss das Kühlschrank hier getötet haben. Ich hab da kämpfen lassen gegen den bösen, bösen Wind. Da ist ein Wind. Ich hol den Wind auch noch. Ich nehme euch gleich den Wind aus den Segeln. Wer hat mich gesagt getötet? Und bist du ganz sicher, dass du nicht schon die Folge hast? Ich wüsste jetzt nicht, was daraus resultiert. Vielleicht sollten wir mal nachgucken gehen. Ja, können wir gleich machen. Also hier ist Banane, Coverclown, nix. Der hat mich geschubst, aber... Dann wirst du es wahrscheinlich schon haben, aus welchem Konto immer. Obwohl, ich wüsste auch nicht, warum. Halt, dass ein Blümchen irgendwo in den Krüll hier ist. So, ich geh mal ganz kurz gucken, was die Folge ist. Am jeweiligen kann ja mal mitkommen. Ich komm. Ja, wir gehen zu Dreid. Wie? Nicht aufsplitten? Komms. Ja, heute ist Samstag. Heute geht das. Ja, ist anders als sonst, wo wir halt Sonntag aufnehmen. Das ist eine faule Socke. Ist es denn wahr? Er ist doch nicht mehr schön, du. Es war so einladend, als du versucht hast, mich zu überholen. Ach so, ja. Und sein raufel Kopf hat er mal kurz zum Wind geschossen. Das sieht mir komisch auch. Du bist so blau. Ich kann mit Ocken da sein. Ja gut, ich arbeite mit Alkohol hier. Ich bin ja Pandare, von daher. Ja, 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 natürlich, natürlich. So, ich hab hier alles Fragezahlen, alles ausgedrückt. So, nächster wäre der... Bösewichte, der Finsterblut. Das Glück sei mit mir. Und Verteidigung der Wildnis. Ja, ich hab nur Verteidigung der Wildnis. Auch mir in Überlegten, niemals. Bis dann. Mir fehlt jetzt Schwester. Eine seltene Bohne und Schlammtauchen. Das ist eigentlich das Wichtige, was wir brauchen, ne? Die Bohne. Genau. Wichtig. Ja, das können wir halt verbinden mit den Talwuchs. Nee, das ist das hier. Der kann es verbinden mit den Talwuchs. Oder so. Erdgeister töten. Aber das, was du gekriegt, das hab ich nicht. Ich hab hier jetzt, äh, gequälte Erde, Schlammtauchen. Dann könnte doch mal den, der ist ja. Nee, das ist ein... Äh. Hallo. Kann man nicht. Friendly Fire haben wir hier nicht. Ach so. Warum eigentlich nicht? Ach, jetzt müssen wir ja Häufchen untersuchen. Hm. Nö, einsammeln einfach. Und hier die Talwuchs noch töten. Ja. Hier sind so viel Tabaks, aber keine Scheiße. Ja, weil ich die schon gesammelt hab. Ja, ich prügel denen die grad raus, mal sehen. Scheiße, bitte in unserer Nähe kämpfen, damit wir die Erfahrungsmut kriegen. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Hier, Kokate. Ich fuhl dir auch viel zusammen, damit du das tanken kannst. Oh, bist du sicher? Ei, halt das aus. Der gehört nicht dazu. Das ist mir, Wumpe. Wumpe ist tot. Wumpe ist tot. Ja, ich hab meinen Strah... Ich hab meinen Strahlen noch nicht, der auf alle geht. Ich lieg im Dreck. Ich brauch nie. Steh auf. Vorne ist es auch. In mir die Fehler. Steh auf und nun heil noch alles. Ja. Ich hab die Akko. Schlau mit ihm. Aber nicht von allem. Ha. Brot hat sich. Bei dem muss man. Komm her. Das Spiel der Heiler mit der Heilgratitalback. Ey, Kollege, raus. Also war das hier zu schwer. Ich hab Scheiße gefunden. Kann ich die behalten. Ja, kannst du gerne mal. Ist mir doch scheißegal. Es gibt ja tatsächlich den, äh, die Kaffeebohnen von der Affenart war es, glaube ich, ne? Ein Schleichkatzenkaffee. Das ist sogar ein sehr tolles. Ja, ja. Hab ich déjà vu. Das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Ich erwähne, dass jedes Mal, wenn ich hier bin. Ach so. Das ist schon fast ein Running Gag. Aber jetzt zerstörst du natürlich so ein bisschen die Illusion. Jetzt wissen natürlich die Leute, das nächste Mal, wenn ich hier bin, was ich erzähle. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. So. Was bescheißt du denn hier, Tristel? Hä? Einfach vorsichtig. Tristel muss näher ran. Ich wollte auch mal Kreise aufnehmen. Ja. So, ich habe drei. Tristel, wusste ich nicht. Nämlich schon, ich nicht. Oh, ja. Wir haben schon. Ja, wir haben schon wieder. Warum ist der Hinterhänger? Ey, komm. Du hast deine komischen Erzungen. Punkte für Chris habe ich nicht. Wenn ihr mal Erzungen wären, wäre ja schön. Du musst mal an die Wand gehen, dann siehst du die Erze. Kriege ich ja nicht mal Leder hier. Ist ja eine Sauerei. Nö, wir hauen nur ständig Tiere um. Ja, und wenn nicht alle, wenn nicht alle, wenn nicht alle bluten, dann ist kein Leder da. Ich lute immer fleißig, ja. Wenn ich lute, bist du. Ja. Ich habe fertig. Ich habe vier Bohnen. Vier Bohnen. Das heißt, dunk. Das steht nur wie dunk. Nein, nicht den Boden, die du aus dem Dungen ausholst. Na, okay. Dunk. Das heißt scheiße, wenn er recht hat, ne? Wer recht hat, geht denn aus? Oh, Blümchen. Oh, verdammt mich. So, ich habe genug Scheiße. Guckt er diese Achievement Hunter an. Bin auch fertig. Da ist ein Grollhof, den brauchen wir auch noch. Ja, dann, Ogo. Immer drauf. Ich hole mal nebenbei hier den, wie heißt es hier? Den Wind und ein L.A. Ich nicht. Ich auch nicht, bin zu Hause. Ich such meinen Schatten. Hier ist eine Pflanze. Hier ist eine Pflanze. Blümchen, Blümchen. Ja, ich komme hier gleich. Ich habe gerade so ein bisschen Probleme. Ich bin nämlich Heiler. Ich habe öfter mal Probleme. Kennst du vielleicht das Problem? Ja, irgendwie, ja. Ich tue alles gut. Ich habe zur Noten Hand auflegen in Gottes Schild. Ja, ich mache mir nicht in die Hose. Ich bin ja kein Dudu. Ich gehe der Nix bei mir. Ich weiß nicht. Ne, es kam Blümchen. Das war Teufelskraut gewesen. Ne, es kam Blümchen. Hier sind ein Rollhof. Ja, ich auch. Ja, da mache ich mit. Wie der, wie der furzende Blümchen. Ein Blümchen furzendes Groll. Okay. Ein, bitte was? Ich habe jetzt eine blühende Fantasie. Das ist aber auch schon alles. Ja, meine Blümchen. Ne, ne. Die blüht nicht. Na ja, jetzt werden wir auch noch weg. Ist ja von Blümchen. Blutet. Wenn man drüber nachdenkt. Und ja, ich klicke immer noch. Und. Ich werde dich auch nie wieder ändern. Ich klicke auch. Ich bin außerhalb. Könnte hier nur WoW spielen. Hat ich mich drei gepullt? Wurden wir drücken? Hinter dir. Der hat noch keine Akku gezogen. Der dachte mir nicht so. Ja, der hat zwar nach Fressernie. Ich pull ihn für dich. Das muss ich schnell abgegeben haben. Weil ich weiß nicht, wo das geht. Ich bin beteiligt. Der ist mir eine Wumpe. Ich bin schwarzorientiert. Aua. Der hat mir auf die Mütze gehauen. So ein Böser. Echt mal. Der hat auch nicht einen Schaden gekriegt. Aua, fertig. Gut. Da fehlt uns aber hier noch eine Quest dahinten. Da, die gequälten Erdgeister, ne? Äh, ja. Die sind bei der Safari. Die war ja Safari, ne? Ja. Das wird schon. Auf dem Flug hier nochmal das Fragezeichen abgeben. Das wird schon. Wir haben drei Fragezeichen. Ja, wir sind hier. Wir sind hier drei Fragezeichen, ne? Ich wollte gerade sagen, das sind wir jetzt. Jetzt sind wir jetzt Detektive. Du musst, Jost, das. Ich habe das nie gesehen oder gehört. Okay, dann bin ich Bob. Ich bin da rein. Ich bin Bob. Back und Beine. Hallo, Fremde. Ich kriege gerade die Info bei uns dreien. Meine bessere Hälfte auch über drei Fragezeichen. Boah, Gott. Die hat drei Quest, die wir abgeben können. Wahnsinn, wir können einen Folgequest annehmen. Hammer. Hammer. Oh, ich spiele Torfußball. Boah, wir gehen tauchen. Ach, der Tochter hat einer, ne? Ja, ja, wir gehen tauchen. Dann gehen wir halt tauchen. Geister töten. Bei ihm sieht das eher nach Wasseraufwirbeln aus. Oh, you're gonna call. Nicht Ghostbusters. Nein. Wer das Krokodil sieht, schreit vier. Hey, wir haben schon einen Daumen, hey. Yeah. Zwei. Zwei. Drei. Wo auch immer der dritte ist. Das war ich. Achso. Muss ja auch was tun, ja. Achso. Hab ich mir so gedenkt, weißte. Jetzt hast du das neue Seepädchen, was du da hattest. Ja, das war das Seepädchen. Genau, das war ganz schnell. Ich hab auch einen Seepanther. Oh. Ja. Ich hab einen Seemanta. Geschontheit. Der lebt tatsächlich. Kann ich sogar sehen, ne? Ja, hier. Der mochte meinen Hintern wohl nicht mehr. Hey, komm wieder, Herr Ritterack. Das wird sich auch Manta gleich rochen. Aber kein Krokodil in sich. Tsch, tsch, tsch. Aber... Das reicht, 10 Meter, das ist okay. Da klopft mir doch einer tatsächlich von hinten einzeln. Das ist mir immer, ne? Spinnvoller Römer. Heilung. Heilung. Ist unterwegs. Oh, ich kann auch die Entfernung heilen. Krass. Ich weiß es nicht. Scheinbar. Ach, schon was. Guck gerade, ich hab auch irgendeine Weltfeilung. Ach, ja. Ach so, ich hab dich da heilen. Einfach mal alles zünden. Ja, ich muss doch mal so ein bisschen wieder kennenlernen, wie was geht. Nein, brauchst du nicht, du hast mich. Ach so, ich bin guter Heiler. Nicht so wie... Ich weiß eh nicht, was hier ist da heilt. So, wir sind fertig. Auftauch, Luft holen, bitte. Ach, Luft holen, da war doch was. Als Nicht-Untot, da bin ich das auch nicht gewohnt. Was ist denn das hier? Ne, hier, das Wasser sah gerade irgendwie sehr komisch aus. Das hat irgendwie... Sah sehr eckig aus, so zwischendurch. Eckiges Wasser. Ja, das sah so aus, als wäre das... Ja, wie im Minecraft, wo da halt einfach mal so ein bisschen was fehlt. Im Wasser. Ach, du? Lebt noch einen Tag. Warum kann ich Schlamm tauchen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jetzt gibt's Lack und Leder. Nein, jetzt kommen wir besucht in der Kern 0 von 5. Okay. Der ist noch nicht dran, der kommt noch nicht. Das kommt noch. Wir machen jetzt erst mal Safari, die Geister und die Hütten abfackeln. Machen wir das? Hütten abfackeln, klingt gut. Verdammt, ich hab doch erst gerade die Feuerwehr gerufen. Muss ich schon wieder Feuer zünden? Ja, ja, musst du. Ich hab ein Blümchen. Hast du? Blümchen. Ach, Blümchen. Wie viel weitest du da eigentlich? Das ist ein Rochen aus Ligi-on. Aus einem Ei, hab ich den bekommen. Aus einem Ei. Aus einem Ei. Wer kennt das nicht? Rochen schlüpfen aus Eiern. Genau. Ich hab keine Ahnung, wie Rochen entstehen. Aber ich kann mir vorher schon so ähnlich wie bei Fischen aus solchen Eiern. Ich hab hier einen Geist. Einen Erdgeist. Ja, da waren ja auch welche. Stimmt. Korrekt. Ah, ich hau einen. Guten Tag. Guten Tag. Ich geb dir ein Schild. Ach, verkehrt. Jetzt hab ich das Schild. Entschuldigung. Nix, Galla. Nix, Galla. Es ist abartig, oder? Egal, was du ihm in die Hand drückst, ist ein Haufen Bullshit. Ihr seid doofe weggewinnt. Sagt dir, der ne doof ist, während er spielt. Ja. Ich fühl mich aber nicht angesprochen, wenn einer zu mir sagt, doofer Sack. Ja. Nix, schön. Ach, hier, brich dir noch einen mit. Kann's tanken. Nix, schön. Hey, cool. Du hast tatsächlich die Agro. Ja, klar. Wow. Er ist im Bar. Dafür hab ich dich sogar geheilt. Das ist Wahnsinn. Ich kann sie nicht abholen. Wer hat hier nicht gelootet? Nee, ich hab gelootet. Ach. Ja, toll. Aber über andere dann beschweren wir, sondern nicht looten, ne? Oh, komm, muss ich gar nicht aufregen. Hinter mir auf dem Berg, da liegen noch drei. Ja, ja, ja. Dann hab ich hier abgebaut. Nein. Also abgebaut, ja, gut. Nicht mal ein Bruder. Da kommt eh nur rüber rum. Gibt noch nicht mal EP, wenn ich grad feststelle. Nee, gib schon nicht. Nur das Erd selber. Ja, ich sag ja, nur das Erd, wenn du erzabbaust. Da kommt der nach. Oh, den hab ich. Er hat ihn, er hat ihn. Ich nehm ihn mit. Der will gar nicht mehr. Du bist ja auch nicht tanken. Behalt ihn. Ja, ich hab ihn. Kommt los. Kommt los in rein. Erstmal dotten. Yes. Du bist auch so ein Dotking. Yes, und jetzt bestrahlen. Bist du radioaktiv? Ja. So strahle ich euch. Jetzt siehst du, wie der sich werfst. Guck mal, wir sind fertig. So schnell kann es gehen, wenn wir mal zusammenarbeiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Vor allem bin ich jetzt nicht gewohnt, mit euch zusammen fertig zu sein. Ja. Wahnsinn. Hau mal. Mach mir da keine Hoffnung, es wird sich wieder ändern. Das sei doch jetzt mal nicht so. Ach. Seid gegrüßt. Ach, verdammt ihr. Nö, der meinten sich hier, ich gehe, ich gehe mal gleich verkaufen. Verkaufen. Könnten wir gut in diesem Punkt kommen, auch nur noch Platz. Komm, nun. Ja. Was, jetzt? Da alle kaputten Auto. Das ist ein Hubschraub-Schraub. Ach so. Oder ich steige auf Mammut und verkaufe dort. Nö. Mein da. Guck mal, jetzt bin ich schon reich. Weg damit und weg damit und weg damit. Das ergibt mir auch die ganze Zeit. Ich habe aber auch Scheiße im Moment. Nö. 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 Ach so. Das ist ein Koffert. Okay. Fürchtet die Lebenden. Taschen sind zur Hälfte her. Ein seltener Moment. Wo ist jemand im Blümchen? Ich habe eine Leder. Ne. Leder. So brauchen wir. Warum muss ich eigentlich alles von Hand verkaufen? Ich habe eigentlich einen Atom, was so ein Zuck. Eigentlich. Eigentlich gibt es das Wort eigentlich auch gar nicht, oder? Ähm, weiß ich nicht. Frei versprochen. Wo ist denn braucht man das? Kein Verkaufsruf. Klar brauchst du das für Spurigar. Stimmt, das war was. Für Rufzeug halt, ne? Ja, da sind wir ja nicht mehr. Wie nicht mehr? Aber man kann ja nochmal hingehen, weil es ist ja egal. Ach so. Ähm, ich habe mal eine ganz andere doofe Frage. Wir haben noch vorhin die ganze Zeit Alex getötet. Ah ja, okay. Hat sich erledigt. Ich sehe es. Ich habe 19 Stück. Ne, ist klar. 19? Ja. Krass. Ich habe sechs. Gut. Aber ich würde sagen, bevor wir dann jetzt hier weitergehen und Hütten abfackeln und so was, müssen wir nochmal eine Aufnahmepause machen. Ist schon wieder soweit. Was? Ja. Boah. Hammer, ne? Wir haben nichts gemacht. Eigentlich so wie immer. Nichts Schöne. Und irgendwie gibt es zwischendurch ein Level-Up. Ähm, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW-Rollentausch. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn. Tschüssi. Tschö.